Wollen wir ein Fragezeichen, ein Level spielen, oder ein neues? Was bedeutet jetzt Fragezeichen? Bei Fragezeichen kriegst du doch immer irgendein... Da kriegt man Sachen, Level oder anderes. Ein Level oder was dazu. Also meistens random, wie der... Ja, Fragezeichen fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, dann mach hier... Wir haben alte Villa oder Pyramide? Ja, Pyramide seid ihr so gut, ne? Dann lieber alte Villa. Ja, dann lieber Pyramide. Aber wir können ja random entscheiden lassen. Ja, mach random, mach random. Wie geht denn das? Ja, Pyramide. Toll. Sagt er jetzt und dann gewinnt er. Wetten? Wieso macht das auch noch schwer, da hinzukommen? Wenn da jetzt was für dich drin ist... Nein! Ich habe auch dieses Gefühl. Nein! Das reicht nicht aus! Bist du jetzt meine Leiche am Betrauen, oder? Nein! Ich habe gedacht, da könntest du mit schnell durchlaufen da durchspringen, aber... Ne. Aber das Wasser laufen kannst du nicht. Was? Na... Hä? Das ist jetzt aber nicht das Eis, was ich ausgewählt habe? Ihr macht das drüben, hier noch so ab zu springen. Äh, was war das überhaupt nochmal? Das ist eine Tür, die öffnet sich manchmal. Und... Die sind verkehrt rum. Scheiße. Hallo, wo bleibe ich hier hängen? Nein! Nein, ich bin wieder zurückgegangen. Scheiße. Ich habe doch den Sprung vorhin geschafft darüber. Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Einen Doppelsprung kann man nicht machen, meine ich, oder? Ne. Nein, ich dachte... Nein, du sollst dann hochgehen. Boah, der Ball ist ja böse. Haha, ja. Nein, wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Also mit Sprinten musst du oder so. Mit Sprinten musst du das machen. Ja, aber eben habe ich auch nicht gesprintet, da bin ich so gut die ganze Zeit durchgefahren. Ja, da war ich aber näher dran, glaube ich. Oder irgendwie das dann... Oh, Mann, ey. Da habe ich wieder zu Hause mal drauf... Mann, ey. Ich gehe wieder raus. Echt. Ja, toll, da unten. Das ist ja geil. Ja, schwarze Loch, das schaffst du ja gar nicht. Wie sollst du da hinkommen? Neue Wege. Ich glaube, wenn das Viech unten... Irgendwie wenn das... Wenn es unten ist, kannst du natürlich gut schiffen. Also wenn... Ja. hehe... Dieses dreckige Lachen, das muss schon ruhig sein. Von mir? Oh... Nein, meins. Nein, nein, nein. Ich bin da bei der eigenen Falle hängen geblieben. Nein, der hat's doch geschafft, ey. Scheiße. Wir haben bis jetzt immer schwer gemacht. Ohne Kommentar. Aber eben war überhaupt nicht voll abgeloost. Diesmal du. Ich denke mal, du meinst den Küken nicht, ich weiß. Ich kann ja nicht abgeloost. Alte Wille? Oder Silke, geh du mal auf Urwald. Und Papa, geh auf nichts. Also geh einfach mal auf Urwald. Auf Urwald? Achso, das ist, warte mal. Aber schnell, Urwald. Wo ist Urwald? Ganz rechts, hier, da so. Okay, dann bleiben jetzt alle stehen. Regulandum 1. Was kommt jetzt? Eisberg, da war ich noch nicht. Ja, das untere ist ein Boot. Ach du Scheiße, kann ich das nochmal revidieren irgendwie? Also hier, das linke ist ein Boot, wo dieses Schiffschraube dran ist. Und da oben fallen Eisblöcke runter. Aber auf dem Eis können wir landen? Ja. Aber da oben fallen Blöcke runter auch. Also die töten uns. Moment, springst du hier durch das Eis durch? Ja. Also ich fahr mit dem Boot immer durch. Hä, du fährst mit dem Boot? Echt? Hm? Was für ein... Hä? Mach schnell das Ding da hin! Ach, das soll ein Boot sein! Ich fährt aber, das fährt aber in die falsche Richtung. Hui! Hui! Zu einfach! Ja, zweiter, zweiter, zweiter! Zu einfach! Oder? Ne. Zu einfach! Toll! Mann! Ha! Das ist ja fies auf dem Boot! Ja, da hinten würde ich das... Hä? Da ist ja schon vorbei. Ja, das Ding bleibt da stehen! Was ist das denn? Und tot, Baba! Ach so! Toll! Scheiße! Sag doch, dass ich hier runter muss, Hilfe! Jetzt wird ihr immer noch... Nein, jetzt kriegt ihr Punkte, weil ich gestorben bin! Das war ein fieser Trick! Hast du gesehen, wie ich über meinen Schwanz schwimme? Das war ein fieser Trick! Ach, skip die Reine! Wache! Nein, das bleibt da stehen! Was ist das denn? Ja, toll! Ich dachte, das ist auf dem Eis verankert! Zu einfach! Neee! Ich will Punkte! Nein, nimm einmal den Stacheldrag! Wir müssen drüben auf dem Boot platzieren! Ja, aber das kann ich nicht! Das geht dann immer weg! Nee, nee! Das bleibt auf dem Eis drauf! Ja, aber nee! Dieser Stachel hier, der ist ja auch nicht! Den Stachel drauf! Weil das ist ja einfach... Nee, nicht da, sondern oben da! Ja! Oben drauf! Ja, da! Ja, toll! Nee, das ist für mich zu schwer! Ich mach das unten dran! Ja, super! Boah! Ja, das ist da... Achso! Du musst ihn abstellen! Oh! Sind ich? Oh! Ja, super! Oh! Oh! Soll ich dich schmuten, Schatz? Soll ich dich schmuten? hehehe sag doch, dass er schon losgeht hier was geht los? der kam jetzt irgendwie flach Na ah, oh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, gib mir nicht die Münze noch! Nein, nein, bring ins Wasser! Bring ins Wasser! Yeah, yeah, yeah! Ich wollte nur mal eben erwähnt haben, dass ich das einzige mit Münze durch Ziel gekommen bin. Ich! Ich! Jetzt machen wir was gar nicht böses. Das kannst du gar nicht drauf machen, ne? Das bringt ja viel da, der Stille. Oh! Ah, toll! Nein! Nein! Hallo! Hallo! Gehst du wieder rein? Nein! Gehst du wieder rein? Wo soll er denn reingehen? Ja, gehst du wieder hoch, wollte ich eigentlich sagen. Oha, come back! Bist du in meiner Fallerei? Das nennt man Karma. Ich schwöre euch, dass das hier keiner überleben wird. Hä? Nein! Scheiße! Ich habe gedacht, oben wäre schon was dran. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Oh! Boah! Nein! Oh, toll! Du hast recht, das hat keiner überlebt. Aber eigentlich waren wir in der Lücke drin. Wieso? Ah, ne. Aber wieso kriege ich keine Punkte? Ich meine, seid ihr beide in meine Falle reingelockt? Ja, toll. Aber du bist nicht angekommen. Ja, und? Aber wir sind alle drei in meine Falle reingekommen. Das muss doch auch irgendetwas bringen. Ich meine, ich gebe jetzt den ersten Mal. Uh! Ah! Du hast den Platz in der ersten Reihe. Ich habe den Klick noch. Aber leider nicht lebend. Nein! Du hast ja nicht gesagt, dass du lebend haben wolltest, ne? Nein! Scheiße! Das war so gut, bis zu diesem Punkt! Das hätte ja dein Sieg gewesen übrigens, wollte ich nur mal sagen. Du hast deinen Sieg verschenkt! Deinen ersten und einzigen Sieg! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Äh, ist Cubic rausgeflogen? Nee. Der macht doch gerade so eine blöde Falle da vorne. Oh! Scheiße! Ah! Der läuft da durch! Sag mir das doch! Nein! Nisha macht doch schon wieder, ey! Was ist das denn? Nein! 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 Boah! Nein! Nein! Scheiße! Ja, ich habe vergessen, dass der da hängen bleibt! Oh nein, ey! Meine eigene Falle! Nein, das war meine! Ich habe Punkte gekriegt! Ne! Achso, ja, die von unten kam! Das war glaube ich deine, aber das andere war meine! Ja gut, es ist keine Falle in dem Sinne! Ey, du hast gecheatet? Du warst doch tot, Cubic! Nee! Ich war vor mir! Ja, ich habe auch gedacht, dass der tot war! Ja! 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 Ich muss mich daran passieren, dass diese �en estava knittingannt Deadspann hinein... Och, ja, jetzt nie den어주ются von dem, uns zu uns nach oben ban Cold ... Vielen Dank.